Professor Jörg Martin und Dominik Nusser sind seit drei Monaten die neuen Geschäftsführer der Reutlinger Kreiskliniken. Im Beisein von Landrat Thomas Reumann gaben die beiden diese Woche Einblick in ihre Arbeit und berichteten, welche Ziele sie sich für die Gesundheitsversorgung im Landkreis gesetzt haben. Die neuen Geschäftsführer der Kreisklinik in Reutlingen, Professor Jörg Martin, hier links im Bild, und Dominik Nusser haben ihren Dienst im Mai angetreten. Trotz der damals vorgefundenen Sondersituation seien sie herzlich aufgenommen worden, betonten beide. Wir sind ja mitten in der Corona-Zeit gekommen und das ist natürlich der beste Zeitpunkt für eine Übergabe. Entsprechend war es dann auch und muss aber sagen, wir haben ein hervorragend aufgestelltes Haus vorgefunden, hochmotivierte Mitarbeiter vorgefunden. Und in der Zusammenarbeit mit eben diesen Mitarbeitern gilt es nun, da die Kreiskliniken langsam wieder zum Regelbetrieb übergehen, ein neues medizinisches Konzept für alle drei Standorte im Landkreis Reutlingen, Bad Urach und Münsingen zu entwickeln. Die Gesundheitsversorgung der Menschen verstehen wir als Daseinsvorsorge, als kommunale Daseinsvorsorge. Und wir wollen eine bestmögliche Gesundheits- und medizinische Versorgung für die Menschen im Landkreis Reutlingen erreichen, und zwar egal, wo sie wohnen. Und deshalb halte ich es für wertvoll, dass die neue Geschäftsführung sagt, wir wollen jetzt zunächst eine Analyse machen, beispielsweise wie sind die Bedarfe, wo sind die Patientenströme, welche Versorgungen haben wir denn bereits in welchen Bereichen. Erste Ideen dazu. Was an den einzelnen Standorten der Kreiskliniken geschehen soll, hat das Führungsteam schon ausgearbeitet. Also Münsingen, um damit anzufangen, ist ein sehr guter Standort. Das haben wir ja auch schon bei der Kreistagssitzung gesagt, den würden wir weiterentwickeln in Richtung Bewegungsmedizin und auch Schmerzmedizin. Das ist sehr gesucht. Reutlingen ebenso weiterentwickeln. Hier sind wir hervorragend aufgestellt. Und Bad Urach wäre ebenso, dass wir da eben die neurologische Reha-Phase haben. Und die würden wir gerne nach Reutlingen verlegen. Aber das Ganze ist mal vorbehaltlich. Neben der, noch unter Vorbehalt geplanten Schwerpunktsetzung an den einzelnen Kliniken, soll an allen Standorten die Digitalisierung und die digitale Vernetzung zwischen den einzelnen Häusern vorangetrieben werden. Welche Vorteile dies für die Klinikmitarbeiter haben könnte, erklärte Martin anhand eines Beispiels. Es geht auch, dass man zum Beispiel sagt, wir machen hier von der Intensivstation in Reutlingen eine Visite auf der Intensivstation in Urach oder in Münsingen, wo beispielsweise der Mikrobiologe schaut, wie werden die Antibiotika verabreicht und so weiter. Aber natürlich sollen auch die potenziellen Patienten von einem verbesserten digitalen Angebot profitieren. Ein anderes Anwendungsbeispiel ist, dass wir eine Stelle schaffen, wo der Patient per Telefon, per Video, oder per Chat sich melden kann. Dort sitzt eine Mitarbeiterin, die fragt eine Checkliste ab und dass man dann sagt, okay, suchen Sie nächste Woche den Hausarzt auf oder kommen Sie zu uns in die Notaufnahme, dass sie das dann vermittelt oder dass man auch ein Telemedizinkonsel macht. Wichtig ist den Geschäftsführern dabei, dass es bei der angestrebten Digitalisierung nicht darum geht, den direkten Arzt-Patientenkontakt zu ersetzen, sondern darum, das Behandlungsangebot zu erweitern. Gerade Corona habe gezeigt, wie wichtig solch zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten seien. Und auch an anderer Stelle ist der Landkreis auf eine mögliche zweite Corona-Welle vorbereitet. Beispielsweise haben wir im Landkreis, im Landratsamt ein zusätzliches Sachgebiet Pandemie eingerichtet, wo wir die Kompetenzen gebündelt haben, wo wir die Leute gestärkt haben, wo wir Eskalationsstufen entwickelt haben, je nachdem, wie viele Fälle wir zusätzlich kriegen, sodass wir dann nicht mehr in der Krise reagieren müssen, sondern die Strukturen jetzt bereits stehen. So wurde vorsorglich Schutzkleidung angeschafft und es wurden schnellere und effizientere Kommunikationswege ermittelt. Ob mit dem Wechsel in der Geschäftsleitung auch die erhofften schwarzen Zahlen kommen, bleibt abzuwarten. Landrat Thomas Reumann ist dennoch davon überzeugt, dass der mit der RKH abgeschlossene Managementvertrag gewinnbringend ist. Wir kaufen damit natürlich ein Netzwerk ein, wir kaufen damit Know-how ein. Und das hat sich in den ersten 90 Tagen jetzt schon gezeigt, wie wertvoll dieses ist. Bis Ende des Jahres wollen Geschäftsleitungen und Kliniken gemeinsam das neue medizinische Konzept vorlegen. Dann wird genauer zu beurteilen sein, wie die Zukunft der Reutlinger Kreiskliniken aussehen wird.